Auf der Weißwurst legt es sich äußerst bequem. Einsichten, Aussichten, Verschiebungen, Puzzleteile. Quack, am Freitag hat das Universum uns einen Besuch bei euch geschenkt. Leider eine sehr schlechte Parksituation. Und an die Leine. Überraschend, was es alles so in der Nachbarschaft gibt. Einen gefesselten Stein. Und es gibt Bärlauch. Ich bin begeistert von Sibylle Stromfosen. Sie bekommt die Eins plus. Und, und, was, 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 was sagt der Stein? Quack, wir freuen uns über Veranstaltungstermine. pinnili at gmx.de Manchmal, da wollen wir einfach keine Worte einfallen. Aha, der süße Senf auf dem Betriebsausflug. Oh, Spitze, ich weiß noch nicht, wie ihr das geschafft habt. Aber diese wunderschönen Skulpturen, ich bin begeistert. Man kann hier sehr viele tolle Fotos machen. Ja, ja. Heute Morgen sah ich einen Zitronenfalter und er schaukelte sich im Wind. Doch dann, ja, es war nur ein Büstenhalter von einem schönen Kind. Ähm, äh, eine Neuntel plus drei Siemunddreißigstel ist gleich, ähm, acht Drittel plus drei Siemunddreißigstel, ähm, äh, drei, ah ne, ist gleich, äh, drei Hundert, äh, neunundsechzig, ein Hundertelftel plus neun Hundertelftel. Vielleicht habe ich etwas andere Vorstellungen von Skulpturen, hm, Steinskulpturen sind nicht ganz so mein Interesse. Dennoch sind ein paar schöne Teile dabei, hm. Hm, absolute Stille. Und es gibt Bärlauch. Zum Zähneausbeißen. Äh, äh, ich denke an Rico und die beiden Opas. Äh, jeder hat einen zweiten Versuch verdient. Äh, ich liebe Kunst, Quark. Ich bin eine Wurst. Und ich mag Bratwurst. Äh. Und es gibt Bärlauch. Ha, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Spannend, ich werde Teil der Kunst. Und ich werde Teil der Kunst. Und ich werde Teil der Kunst schon. Tan countdown. Und ich werde Teil der briefing, die Teil des Knurps über Uno.